Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch, es fahlerwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch, es fahlerwacht, ist mit dem Wachstum Wahnsinn. Wirtschaftswachstum, hier und da, höher, schneller, weiter, wunderbar. Wirtschaftswachstum zieht uns aus dem Summen, alles im Griff, so sagt man uns. Wohin wachsen wir denn, frage ich mich, was ist das Ziel dabei eigentlich? Eine große Firma, wohl, die lässt grüßen, willst du das Mensch? Ach du Scheiße! Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch, es fahlerwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch, er ist mal erwacht, ist mit dem Wachstums Wahnsinn um. Das willst du dann doch nicht und überhaupt, das wird eh nie geschehen, das regelt der Markt. Ist es denn, ich lese, so weit, dass das gemeinsame Logo fehlt, das ist die Wirklichkeit. All dein Streben, von der Masse abzuheben, dient nicht dir, Mensch, dass dir das nicht einreden, die Masse ist der Mensch. Das ist nichts Schlechtes, wir alle gemeinsam, schon zu lang getrennt jetzt. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstums Wahnsinn um. Wirtschaftswachstum ist keine Lösung, das Hamsterrad nur, sei dir wirklich so dumm, wächst grad mal nix, so weit, sei dir schon, zweifel dir am euch selbst, macht eh mein Ende nun. Der Mensch ist nicht gewohnt fürs Wirtschaftswachstum, wir selbst wachsen durch eigene Erfahrung, nicht immer schmerzfrei, doch so geht's jedem, das verbindet wir uns. Wir sind nicht so verschieden. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles, nur keine Stagnation, ist der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstums Wahnsinn um. Hoffentlich, endlich, bald mal um. Danke sehr.